Grüß dich! Ich möchte mich heute noch einmal aus meiner Heimat, und zwar vom Wallersee, aber heute einmal auf der anderen Seite vom See, wo ich aufgewachsen bin. Und da kommt man gerade so hoch, wie oft im Leben steckt man in etwas fest, wenn man es immer aus derselben Seite betrachten, wenn man es immer aus unserer selben Sichtweise betrachten. Und da wird mir gerade bewusst, wie anders etwas ausschaut, wenn man es von der anderen Seite anschaut. Wie wäre, wenn wir uns im Leben immer mehrere Blickpunkte, mehrere Richtungen anschauen würden? Was wird sich da in unserem Leben verändern können? Ich wünsche, dass du viele Blickwinkel benutzt, um zu entdecken, was sich da gerade so tut. Alles Liebe wünsche dir dabei.